Hi, liebe Freunde und Freunde. Wo passt der Ton besser hin, als in der Zugtoilette? Wo mich die Menschenliebe und die Sehnsucht nach Frischluft wieder einmal hintreibt und das Entsetzen darüber, wie die Leute alle FFP2 tragen. Als wollten sie ersticken, als wollten sie alle so aussehen wie Prinz Harry. Und ich versteh's tatsächlich nicht. Alle tragen, wie sie so sehr quälend, wie das dann noch ist, über Stunden weg im Zug. Deshalb, How to FFP2. How to FFP2. Es muss darüber Videos geben, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Trotzdem, niemand macht's so easy. Unterteil, ab, ab und schnell hinten ein Knötchen rein. Ist 5000 mal geiler, ehrlich. Niemand stört sich dran, man kommt überall rein, easy peasy. Die Ohren bleiben nicht wund. Absolut Bombe. Und wie gesagt, nicht die Dinger wegwerfen. Irgendwann sind sie nicht mehr obligatorisch und dann nur noch mit Maske zu den Behörden und auf den Elternabend moralischen High Crowd erobern. Ein schönes Wochenende. Und bis bald. Goodbye. Bye-bye. Bye. Alright. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye